Was solltet ihr ganz begrennt haben? Jetzt brauche ich keinen Kaffee mehr. Jetzt gehe ich zu meiner eigenen Kühlschrank und hole mir ein Bier aus. Steh schon ein ins Mittag. Der Kühlschrank, nein, das muss ich... Der Kühlschrank, das muss ich euch erzählen. Nein, Hypermodern. Was? Hypermodern. Links zu meinem Eis. Kannst du nicht ab? Von außen kann ich nehmen. Fresh-Eis wie vom Vollwasser. Rechts zu meinem Kühlschrank. Da kann ich Ihnen die Pfei bestellen, was ich habe. Für Pfei. Ja, mir ist das scheißegal. Da ist alles ein Winster. Was soll das? Ja? Traust du mir so ein Touchscreen? Ja? Ist das richtig? Sag du mir, ich kann Englisch. Touchscreen. Touchscreen. Sag ich das? Touchscreen. Ich bin nicht gut. Touchscreen. Touchscreen. Meine Frau kann gut Englisch nicht. Meine Frau hofft immer. Letztendlich ist es vom Computer. Sie hat gesagt, Freshie, das muss ich downloaden. Ich habe gesagt, mach's geil. Na gut. Meine Frau hat ja oft keine Gussfahrung. Und anders hat mir einen Randspeich als Vorsorge gehabt. Das ist das, was ich irre bin. Das ist ein Touchscreen. Da steht drauf, was drin sein sollte. Da schreibt man hin, die Milch fehlt. Schau ich rein. Die Milch fehlt. Wirklich. Das ist alles gescannt. Nein? Und da gibt es eine Tasten, die heißt Menü. Der Trottl-Kühlschrank. Der Trottl macht mir. Mir. Menüverschläge. Mir. Nein, das verschreibt der Omele nicht. Aber das möchte ich sagen. Ja? Die Kühlschrank ist nur einen Millimeter offen. So. Einen Millimeter. Ganz penetrant. So macht er. Der Trottl. Da kann ich auch sagen, wenn er so modern ist. Schau ich jetzt real. Ich bin jetzt der neuer Gwischchen, mach jetzt Heinze nach hoch. Nein, der geht doch. Bis wieder ein Freund, Enfin, leakage rein. Und da bin ich gar kein wow. Bis wieder ein Freund, da ist der warrior gar kein bao. Bisschen, die bin ich ganz gut. Dann gehen jetzt auf der neue Gwischchen. Wie gestern sind wir doch von einem Gürtel zum DIN-Schuh. Nein, bra comiciert wieder ein. Bisschen, schau ich mit euch wieder ein. Bisschen, oder? Bisschen, oder? Bisschen, Bisschen, Bisschen. 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 Bisschen, bzw. Was? Das neue Auto? Das neue Auto von meiner Frau? Was? Das piepst. Gut, warum piepst du auch hinten und vorn? Was? Nein, mein's nicht. Das nicht? Nur hinten? Was? Nein, von meiner Frau, das piepst hinten und vorn. Da bist du das Depot. Und in der Garage kann ich schon ein Radenz gemacht, dann ist das Depot.